Ciao, ciao. Wer war das? Wer war das? Ja, sehr lustig. Feigen Wichser. Komm mal, Mario. Das finden die wahnsinnig komisch. Soll wohl heißen, als ich dir einen Schwanz greife? Was, wenn ich mir einen Schwanz greife? Wo ist das Problem? Das geht euch überhaupt nichts an! Sorry, Jungs, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich will schon wissen, mit wem ich unter der Dusche stehe. Ja, bist du schon irgendwann begabt? Nein, hör auf. Jungs, der Leon hat recht. Der ist so Kindergarten. Es geht uns überhaupt nichts an. Sorry, aber zwei Schwulen in der Mannschaft. Ich weiss ja nicht. Ja, ich finde, sie sollen es endlich sagen. Haben wir etwas zusammen oder nicht? Nein! Fuck! Die provozieren nur. Hände an den Händen nicht. Nein, Mann, haben wir nichts. Wenn ich mir etwas mit meinen Freunden mache. Haben wir es jetzt geklärt? Was? Was?